So und es geht weit her mit Star Wars The Old Republic Und wir müssen hier noch diese Drohingen töten Na gut, sind die gleichen Stiefel wieder Ich will erstmal diese Roboter hier fertig machen So, einen nur noch Ach, dich nicht mehr mit Oh lol Ist doch voll schwer So, haben wir hier noch einen? Aha, aha, aha Na mal oder was? Okay, die Matrix Splitter Oh, Telefon, kurz mal Cut So, tut mir leid, liebe Leute Für den kleinen, ja, für die kleine Unterbrechung Sparkasse nervt da ein bisschen Ich hab heute einen Termin, verschwitzt der aber eh nicht wichtig, wa? Aber wir wollen ja hier auch vorankommen So Geht mal weiter hier So, zack, das haben wir Müssen wir mal gucken Diesen Anführer Wollen wir den mal wagen? Klar, das andere war Level 7 Elite Wir haben noch zwei Medi-Packs Äh, machen wir mal Vielleicht kriegen wir dadurch ja auch wieder, ähm Ein bisschen Bonus An Experience Mal gucken Mal gucken Dann kommen wir hier vorbei Ja, okay So So So, warum Wollen wir wagen? Wollen wir mal, den können wir doch erstmal hochschleudern Genau, dann ist er erstmal 8 Sekunden oben Genau, super So 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 Kriegen wir hin, oder? Ja, dann schlucken wir mal den Medi-Pack Kann man schön angreifen, Baby Super Und der droppt natürlich Oh, der ist schwer Na, ist er wieder, klasse Na ja Gut, okay Haben wir das mindestens gemacht So, jemal da Maren, na Plus 2 2 Gut, okay Machen wir erstmal das Ach, Scheiße Jetzt mal hier weg Na, greif doch an Baby Zack Klappt doch Nehmen wir mal da mal in die Kammer rein Da müssen wir lang Ja, was mach ich denn jetzt? Ich bin verwurrt, oder was? Och, gelle Wo bist du? So, was haben wir da? Genau, da ist doch der Eingang Ach, ich gelle Oh, kein Problem So, da sind wir auch drinnen Jetzt erstmal Für die Helden-Quest Und für die normale Muss man hier machen Tafel Und besiege Gut So So Ihnen noch Warte, die stellen wieder an der Leather ab Piu, piu So Erstmal ein bisschen entzüren So Ah, jetzt sind wir auch gleich bei der Schrifttafel 80 HP Wo fliegt ihr denn? Oh, zack Alles kein Problem hier Ich nehme auch mit Ich bin schon Den schon Okay Wo sind wir so viel? Wow, ja Kommt doch gleich Alter Alter Oh, das Ding ist ja tot Wow, wow, wow Kamera Ah, kein Problem Auch tot Loot Hen Oder können wir auch die Schrifttafel jetzt nehmen? Müssen wir mal gucken, ob da nicht so ein Holo-Ding da Oh, müssen wir das untersuchen? Das ist auch noch was Nehmen wir gleich mal mit Wenn schon, denn schon Oh Pam Komm mal her Oh, zack Hier gibt's recht Vier zusätzliches Ah, nicht schluten Kämpfen So Klar, Plünder Plündern ist immer gut Was haben wir hier? Ah, Inventar wird schon wieder recht voll So, das haben wir mindestens Kamera So, jetzt müssen wir erstmal da nach hinten Und den dann töten Jeder kann eintreten Reintreten Alles Elite Schalala Es wird echt Ach, du Scheiße Oh, und der schießt noch Aber du kannst nicht durch Wände schießen Deshalb musst du her Da müssen wir uns jetzt wirklich Konzentrieren Ja Was ist denn? Ist doch an Wow Ich muss mir mal vorstellen Du kämpfst gegen zwei von dir, Mann Puh Ja, und die respawnen wahrscheinlich dann auch so schnell Dass er Lord Ingenieur Okay Die müssen wir auch noch töten Oh ja Du Scheiße Wow Am Arsch Wow Kacke Ja, auch keine Heidtränke mehr Oder was? Nein Nein, das wird ja lustig Das wird echt Lustig Wie soll ich das denn da Wie soll ich denn da durch, Alter? Elektrowache Stark Gut, okay Stark ist was anderes Ah, jetzt haben wir keine Heidtränke mehr Das ist scheiße Wenn wir uns hier irgendwie durchmogeln Alter Nein, nein Achso Ja, was machst du da? Komm, Heidtränke Immer mit der Schwierrüstung Es ist ein Brechen Ich will Ich will nicht sterben Ich will nicht sterben Schwach Weil ich keinen Heidtränke habe Ich hoffe mal, ich finde noch ihn Alter Nein Wow, Alter Macht mir 99 Schaden Oh, Kacke Du Scheiße Man hat denn keiner hier einen Heidtrank Das schaffe ich doch nicht Wow, Mann Ja, hier nischt mit Bloß ein Heidtrank Das ist immer ganz cool Ja, wenn ich die hole Kommen die Wenn ich den Hä? Noch alles machen Halt Habe ich da nicht irgendwas Scheiße Einzelne Warte mal Kommt da ja keiner Genau Warte mal Die sind ja Scheiße Ja, toll Alter Wie soll ich den nicht schaffen Schaffe ich nicht Fuck Oh, Kacke Du Kacke Boah Scheiße Was passiert jetzt Wow Okay Okay Ich habe da eine Taktik Muss ganz schnell ihn besiegen Gut Das können klappen Ihn immer permanent stun Wegschießen Scheiße Mann, warum Warum Hike denn so wenig Range Alter Ah, ich will nicht schreiben Ich will nicht schreiben Mag Ich will nicht schreiben So, der kommt eh Ist egal was ich mache Oh, die sind noch So Den haben wir schon mal Ey, da geht mir so oft Sagt man Sagt man So Das haben wir mindestens Ja, ja Ist klar So Das haben wir mindestens Ist natürlich ein bisschen scheiße Dass wir jetzt hier so Mit so machen Aber ich glaube den schaffe ich auch alleine Kaufen mal, das klappt jetzt so wie ich mir das vorstelle Ja, mit allen hin und her Und so Die spawnen die So Nee, die respawnen nicht So Ich habe keine Heildrang Es ist zum Kotzen Gut Ai, 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 ai Gut, dann wollen wir mal Komm her Stad 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 Oh, ihr schafft. Oh, kacke. Wie? Oh, scheiße. Gut, haben wir geschafft. Oh, klasse. Guck mal. Und eine schöne... blaue Scheiße haben wir bekommen. Geil. Ui. Gut, haben wir geschafft. Jetzt haben wir keine Robe mehr an, aber... Oh, scheißegal. Bloß raus hier. Uiuiuiui. Das haben wir doch schon mal. Heilige Scheiße. So, das haben wir alle. Ne, und was fehlt hier noch. Müssen da rennen. Scheiße. Willen wir erst mal wieder durchkämpfen hier. Ah, das war doch gut. Mit einem möglichen von Stun und Pipapo. Haben wir es doch noch geschafft. Was? Was? Ich bin vorbei. Oh. Nein, ich will nicht sterben. Was ist jetzt los? Wow. Mann, Mann, Mann. So, und die verlassen jetzt hier die Höhle und wir sehen uns, ja, beim nächsten Part. Euer Zwerken. Euer Zwerken.